hallo in einem wunderschönen zweiten advent und auch nikolaus das heißt wir müssen die nummer 6 wird aufmachen 6 mit pünktchen mal gucken das ist ein bild wieder ein philips schrauber aber eine andere größe ich habe hier ja den aus türchen nummer zwei oder drei oder so was ist eine andere größe das ist wo steht sind ph 1 passt natürlich auch wieder perfekt hier rein wie soll es auch anders sein ja ein bit das war's schon bis zum nächsten mal